Wir sollten auf Eifer herstellen, weil lila Rucksack und lila Helm sind in Herstellung. Ich bin mit Dual Support, Alter. Das ist normal. Ja, du kannst spielen, was du willst. Wie gesagt, ich spiele Lifeline und Rave wahrscheinlich. 23 kills mit der, ne? 18 nur mit Lifeline. YOLO? Wir sollten hier landen. Bereit machen, es geht los! Werden wir verfolgt? Ähm... Nein. Wir sind alleine da drin, oder was? Äh, ja, manche gehen da. Manche fliegen nach da hinten, ne? Boah. Na gut, dann droppen wir uns hier rein und dann geht's einmal rum, ne? Lass mich immer die blauen Container öffnen, weil ich hab dann extra Zeug drin auch. Ich hab jetzt, äh, leichte Muni, zurück dem leichte Muni. Energie. Warte, hier oben auf dem Dach ist noch was. Ich hab mal den Laufstab hier mit. Bei uns. Wie der Weed Spawner? Das steht als Spur. Äh... Wir haben Dings. Was haben wir? Besuch? Oder was? Klingt so... Ja, da hinten ist ein Dings. Beim Portal. Hast du gesehen? So ein Fahrzeug. Okay, die haben sich Fahrzeug geschmeckt. Äh, meins ist ready. Ich mach das hier im Haus, ne? Hier finden wir bestimmt was Gutes. Ja, warte kurz. Ich möchte hier noch rein. Schüsse. Hat jemand Lust, was zu kaufen? Ja, ich hab's gehört. Ich hab keine Waffe. Das ist ein bisschen blöd. Also, ich sehe hier zwar Waffen, aber... Ne, ich mach keinen Repetierer. Ich brauch ein Sturmgewehr und eine Pistole. Aber ich kann mir ja jetzt eine holen. Äh, ein Maschinengewehr meine ich. Was haben wir denn hier? Ich bin ein Mosambik mit. Äh... Das kommt nicht. Das kommt nicht. Rucksack verbesserte ich mal. Hier ist dein G7 Scout. Ne, ich hab jetzt erstmal eine Mosambik am Start. Okay. Ich bin ein 30-30er Repetierer, ne? Hier ist ein erweitertes Scharfschützenmagazin. Stufe 4. Nice. Bist du da? Ich bin bei dir. Dann zacken wir mal rüber. Jo, ich bin da. Kommt hinter dir. Aber da. Da ist ein Team. Ja, ich hab's grad gemerkt. Oh. Schild weg. Hat sich verküsst. Ich muss mein Schild erstmal laden. Ich lade meine Schilde auf. 45 Sekunden. Ring ist direkt voraus. Wir sind quasi in den Ring. Ah, die schießen. Erster Sound. Verziehen sich wieder? Neuer Kill-Spitzenalter. Hör mir, hinter mir. Hör mir, hinter mir. Das hat wer getan. Du mich hast erwischt. Ja, sorry. Aber ich hab ihn eigentlich gut gedrückt. Die hatten beide keine Schilde mehr, wo ich ihn getroffen habe, ne? Ja, es lief kacke gerade. Komm auf den Schaden. Ja, dann noch ein Versuch. Warnung. Ring aktuell in Bewegung. Meine Maus. Ich komm nicht raus. Oh, ich hab gar nicht so scheiße getroffen mit der Moser. Ich auch nicht. Ich hab auch voll nicht. Ich hab eigentlich auch voll gut getroffen. Nur meine Waffen waren leer. Okay, gehen wir's an. Wird sicher lustig. Falls nicht. Egal, wir irren uns alle mal. Man lebt, um zu lernen. Wir haben einen Job zu erledigen. Wir sollten uns ranhalten. Das hätt aber echt ne gute Runde sein können, ey. Ich hab dir mal einen Kopfschuss gemacht. Ich darf vorstellen, euer Champion. Ein Octane Main. Geil. Hier sollten wir landen. Der Champion wurde eliminiert. Was? Ah ja, Disconnected, ne? Du? Ne, der Typ. Schluss mit der Abhängerei. Wir springen. Sind wir alleine? Weil der Champion ist eliminiert worden. Äh, nope. Da sind welche, da sind welche. Flieg ich da hin? Ja. Du hast ja gesagt, wir fliegen in die Mitte. Zum Ballon und dann fliegen wir rein. Leg. Dann können wir nochmal fix was looten, wenn's geht. Ja, so gefällt mir das. Also los. Ich gleich nehme erstmal die Iva mit. So, kommen wir zum Sprung, Tom? Ja, ich bin da. Und dann springen wir einfach da rein. Genau. Er ist erst da und dann... Wir sind schon im nächsten Ring. Ich rieche den Sieg. Riecht wie... Alter, was stinkt hier denn so? Hm, da ist ein Spitfire. Das was ich haben wollte. Ich habe doch nämlich noch mit. Und hier hoch auf's Dach. Da-da-da Jetzt drei Stacks Dings müssen reichen Gut Irgendwas hatte ich gerade vergessen Genau, lass mal Da und dann rüber Zappen gleich Bei da oben Ist besserer Loot in der Regel Ja, eins bis zwei Holo nehme ich mit Das nehme ich Das nehme ich Den Rucksack Und dann zappen wir rüber Dann laufen wir hier quasi Unsere Runde einmal ab Ja, machen wir Und sind am Rand des Rings Was ganz gut ist Es sind auch nur noch zwölf Squats Wollen wir morgen wieder Woher mal spielen? Können wir auch mal Boah, ich brauch nicht drei hier Hier ist eine Schildzelle Oh geil Ich hab schon fünf Ich hab acht insgesamt jetzt Aber egal Besser mehr als ich Ja, ich hab auch acht Dann brauchst du nicht mehr Zusätzliche Ausrüstung hier drüben Warte, zwei, zwei, zwei Viel Ja Das sieht schon ganz gut aus Ich bräuchte noch ein bisschen Was für meine Waffe Das ist ein Medikit nämlich Mama Es sind noch 50% übrig Das ist Es ist fast die Hälfte Geh unten rein Hier ist ein Evo-Schild Hier ist ein Knockdown-Schild Stufe 2 Hast du gesehen, was ich dir da oben alles markiert hab? Den nehm ich mal, den Ulb-Besteuniger Hä? Hast du den Ulb-Besteuniger draufgehoben? Ja, willst du den haben? Ja, das macht Sinn, ne? Hier war ein grüner Ach, hast du schon Munition hab ich auch genügend Ich bräuchte jetzt noch Visiere Hörst du das? Ja Hier Gehen wir mal da rück Ziel gesichtet Hier ist dein Geburtstagsgeschenk Sieht aus, als käme da ein Care-Paket Sind immer gute Sachen drin Also sind sie bei uns, hast du? Ja, da sind die Gerade darüber Ein Gate Ja, dann eng Der hat kein Schild mehr Dann ist okay, aber ich muss das Lifeline-Paket einmal kurz öffnen Ja, ich komm mit Also der hat kein Schild mehr Dann muss er jetzt erstmal die Schild- Also seine Schild-Batterie noch ausmachen Das nehm ich mit Ich nehm dir einen Respawner zur Not mit Schild-Batterie nehmen wir mit Ja, dann engage Gut, er hat kein Er müsste kein Schild mehr haben Jetzt müsste er aber wieder ein Schild haben, ne? Ja, jetzt sollte das wieder klappen Ich kann dir nicht sagen, wo er ist Hier ist ein Standardschaft Stufe 3 Danke Ich denke, er ist abgehauen Ja Er war, glaub ich, auch allein Wollen wir in dem Gebäude? Hier eine geschlossene Tür Ja Ja, waren wir Dann komm, dann gehen wir auf der anderen Seite runter Oben, oben, oben Wie oben? Ja, hab ich nicht digital bedrohung? Tja Ach, die Muni hätte ich Ja, passt schon Welche Muni brauchst du? Ich spiele Heavy und Schrotze Ja, das passt schon Zusetzliche Ausrüstung, hier drüben Nee Achtung, es gibt einen neuen Kill-Spitzenreiter Neuer Kill-Spitzenreiter Schön weitermachen, aber aufpassen Ist immer sechs Quads übrig What? Ich bin nicht voll Warum hab ich dieses Visier mit? Das ist doch dumm Äh, Heavy bräuchte ich Aber ich bin gleich Kreativ gut Weiter Erst das und danach das andere Ja, komm, wir machen Oh, das ist blöd, hier hochzuklettern Ne, ne Snick, Snick, Snick Nix Schätze, den nehm ich mit Ähm, ja Dann den da oben nehmen Ich hab was gehört Ich nehm mal Hitzeschäde mit Stink, ich weh Ähm Ah, stink So Achtung, der Replikator ist unterwegs Replikator im Landeanflug So, jetzt gehen wir da hin Jetzt haben wir die Kisten ein Dass wir uns einen schönen lila Rucksack holen können Schüsse hinter uns, wenn ich es richtig gehört habe Ja Ja Ich habe absolut kein Glück, was die Dinger angeht Gut, dann rüber zum Replikator, ne Schiehst du auf ihn? Ja Hier im Haus Wo ist er da? Ich hab ihn gesehen Das ist ein Gebiet Er hat mich entdeckt, ich bin dir beschossen Ah, wie schnell da hab ich mich tausen Ah, fuck, da ist er auch noch ein Team Okay, deswegen war ich so schnell tausen Ja, hinter uns war ein Team Hab ich nicht Ich hab ihn gesehen Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.